Mhh, scharfe Gemüsepaste. Ich kenne sie aus der türkischen Küche unter dem Namen Açeliesme. Habe ich es falsch ausgesprochen, tut's mir leid. Passt zu Fleisch, Brot und mehr und ist nichts für Landungsklatscher und Chefgrüßer. Spoiler-Alarm, die Paste brennt mehr als nur einmal. Hier kommt mein Familienrezept. Für die Paste brauchen wir folgende Zutaten. 4 rote Spitzpaprika, 6 grüne scharfe Paprika, 4 Peperoni, 4 Knoblauchzehen, 4 Esslöffel scharfes Paprikamark, 2 Esslöffel Tomatenmark, 250 Gramm passierte oder gehackte Tomaten, Saft einer Zitrone, 4 Esslöffel Granatapfelsirup, 1 Bund Petersilie, 2 mittelgroße Zwiebeln, 1 Teelöffel Sumak, 2 Esslöffel getrocknete Minze, 6 Esslöffel Olivenöl, 2 Teelöffel Salz und 1 Teelöffel Pfeffer. Die Zutaten dafür habe ich im türkischen Supermarkt gekauft. Dort findet man sie garantiert. Zu Beginn werden Paprika, Peperoni und Petersilie mit Wasser abgewaschen. Im Anschluss wird das Kerngehäuse der roten und grünen Paprika entfernt. Es muss nicht perfekt sein, grob reicht. Hierfür schneide ich den oberen Teil der Schote kurz unter dem Stiel ab. Mache seitlich einen Längsschnitt und löse mit einem kleinen Messer den oberen Teil des Kerngehäuses von der Schote. Dann ziehe ich das Kerngehäuse vorsichtig nach unten heraus. Das gleiche Verfahren wende ich bei den grünen schmalen Paprika an. Und dieses Kerngehäuse zu zulie. Dann ziehe ich das Technische Feuer inutiện und Kostet, Und hier sind die Zutaten. Und hier sind die Zutaten. Und dann bin ich vom Lerner bei der Schote. Und hier ist die Zutaten. Und hier ist die Zutaten. Und hier ist die Zutaten. Jetzt werden die Schoten in schmale Streifen geschnitten und mit einem scharfen Messer in dünne Stücke gehackt. Das Kleinschneiden ist die Hauptarbeit bei dieser Paste. Einfacher wäre es alles in einen Mixer zu packen, das wäre eine Möglichkeit aber aus Erfahrung rate ich das Messer zu benutzen. Es schmeckt tatsächlich einfach besser und es tritt weniger Wasser aus dem Gemüse aus, da die Zellen mit einem scharfen Messer sauber zerschnitten werden und mit einem Mixer eher zerrissen und umhergeschleudert. Sollte 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 Jetzt brauchen wir eine große Schüssel, um alle Zutaten zu vermengen. Wir beginnen mit der Marinade. Paprika und Tomatenmark, die passierten Tomaten, Zitronensaft und Olivenöl, den Granatapfelsirup, Sumac, Minze, Pfeffer, das Salz und den gepressten Knoblauch zu einer homogenen Masse verrühren. Jetzt ist das Geschehen, die Paprika, Zwiebeln, Peperoni und Petersilie hinzu und gut unterheben. Wer möchte, kann die Paste geplant einen Tag vorher machen und im Kühlschrank durchziehen lassen. Ich hoffe das Video war verständlich und hat euch gefallen. Viel Spaß beim Nachmachen, es lohnt sich.